Bei den Männern in Rot fehlt auch heute unter anderem wieder der Kapitän Jean Zimmer. Dazu die beiden rot gesperrten Redondo und Sänger. Endlich mal wieder zwei Siege in Folge einfahren. Das ist das Ziel. Zuletzt funktionierte das im Dezember 2019. Das war noch vor Corona, also richtig lange her. Kasselslautern mit der gleichen Startelf wie beim 2 zu 0 Sieg vergangenen Sonntag in Verl. Ritter zu Sessa. Und das ist der erste Warnschuss. Der FCK zeigt direkt, wo es heute lang gehen soll. Und zwar nach vorne und auf Sieg. Siebte Minute. Osnabrück in der 3. Liga eigentlich das Team der Stunde, hat aber bis jetzt noch keine Schnitte in dieser Partie. Der FCK dominiert das Geschehen, macht das Spiel breit. Wunderlich schaut, sieht Klingenburg und drin das Ding. Der Betze bebt. Und die Mannschaft, bei der gehen die Ventile auf. Die Gefühle, sie müssen raus. Kasselslautern führt, weil Wunderlich nicht unter Druck gesetzt wird. Unbedrängt flanken kann. Und weil Klingenburg in der Mitte, Kleinhansel, ganz routiniert ausguckt. Einen Schritt zurück und er hat den nötigen Raum, um den Kopfball zu setzen. Kaiselslautern mit einem Traumstart. Osnabrück auswärts noch unbesieg, jetzt vielleicht mal Kleinhansel. Bertram, ein erstes Lebenszeichen der Mannschaft, die als einer der Aufstiegsfavoriten gilt. Da kommt Kevin Kraus zu spät und Bertram hat freie Bahn. Einmal durchatmen bitte und eincremen, denn die Sonne, sie brennt am Betzenberg. Und Osnabrück ist jetzt aufgewacht. Der VfL hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen und will auch hier im Fritz-Walter-Stadion was mitnehmen. Traoré mit dem langen Ball, aber Raab ist beim FCK im Tor. Eine Bank. Der VfL findet bis zu diesem Zeitpunkt keinen spielerischen Zugang zu der Partie. Und die hohen Bälle sind für ihn, sind für Matteo Raab ein Geschenk. Kaiselslautern spielt in der ersten Halbzeit auf die Westkurve und macht weiter mächtig Druck mit Klingenburg. Stark im Zweikampf, dreht sich geschickt um Beermann. Klingenburg hat das 2 zu 0 auf dem Fuß. Der FCK bleibt weiter dran. Wenn es über die Flügel geht, dann wird es meistens gefährlich. Herrscher, noch so ein knappes Ding. Herrscher will eigentlich flanken. Beermann fälscht ab und macht den Ball erst richtig scharf. Glück für den VfL. 25 Minuten gespielt, Cesar mit dem Eckball. Osnabrück pennt und dann ist der Ball schon wieder im Tor. Philipp Herrscher macht das 2 zu 0. Und jetzt ist hier richtig was los. Betze-Feeling at its best. Kraus verlängert und Herrscher ist am schnellsten, muss den Ball nur noch über die Linie drücken. Sechs Osnabrücker schauen zu und kommen zu spät. Der FCK 2, der VfL 0. Kaiserslautern hat die zweitbeste Defensive der Liga. Hinten brennt bei den Pfälzern kaum was an. Osnabrück tut sich bisher auch heute richtig schwer. Doch was dann kommt, ist neu. Schnelles Umschaltspiel. Und plötzlich ist Hanslick auf und davon. Die Chancenverwertung, sie ist und bleibt das alte Übel, auch wenn der FCK bereits mit 2 zu 0 führt. Wichtig ist, dass Kaiserslautern am Ball bleibt. Die Begegnung weiter kontrolliert und wenn es darauf ankommt, schnell und direkt spielt. So wie hier auf Hanslick. Der sieht Sessa. Und Sessa, der sehr auffällig agiert und zu diesem Zeitpunkt schon mindestens ein Tor verdient hätte, macht aber nichts draus. Aber auch schön zu sehen, wie Hanslick zur Grundlinie durchgeht und dann in den Rücken der VfL-Abwehr passt. So sieht Fußball aus. Auch Felix Götze ist mit dem, was er in der 1. Halbzeit gesehen hat, richtig zufrieden. 2. Durchgang, gleiches Bild. Die Roten dominieren weiter die Partie. Auffällig, die Varianz im Angriffsspiel. Und wieder Klingenburg. Wunderlich mal flach und scharfer, als alle mit einer hohen Flanke rechnen. Klingenburg kann allerdings nicht finalisieren. Der Zweitliga-Absteiger aus Niedersachsen enttäuscht hier in Kaiserslautern bisher auf ganzer Linie. Der VfL Osnabrück ist in dieser Saison die auswärts stärkste Mannschaft. Bisher noch unbesiegt, kriegt aber hier am Betzenberg kaum einen Fuß in die Tür des Spiels. Die Räume, sie sind zwar da, doch der VfL nutzt sie nicht. Wenn was nach vorne geht, dann ist es meistens harmlos und bringt Kaiserslautern nicht wirklich in Bedrängnis. Dann geht der Torschütze zum 1 zu 0. René Klingenburg, 9. Spiel für den FCK. 2. Tor. Der Trainer ist zufrieden. Ersetzt wird er durch Mohamed Kibret. Stürmer für Stürmer, positionsgetreuer Wechsel. Doch wer glaubt, dass Kaiserslautern die Partie nun entspannt nach Hause schaukelt, der irrt sich. Osnabrück hat immer mehr vorm Spiel und auch Chancen. Sebastian Klaas. Kraus kann nicht überzeugend klären. Und Klaas' Schuss wird von Winkler noch entschärft. Die Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion, sie spüren in diesen Minuten, dass ihr Team Hilfe braucht. Der FCK hängt leicht durch. Er braucht die Unterstützung der Fans. Irgendwas stimmt nämlich nicht im Fritz-Walter-Stadion zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Kaiserslautern plötzlich viel zu passiv. Osnabrück merkt das und setzt nach der eingewechselte Simakala. Er wird überhaupt nicht richtig angegriffen und er hat freie Schussbahn. Kraus kommt zu spät. Sessa zieht zurück und Winkler rückt nicht raus. Der FCK hat Glück, dass Simakala nicht mehr aus seinen Freiheiten macht. Und es geht so weiter. Der FCK völlig von der Rolle. Ja, was ist denn hier los? Trainer Marco Antwerpen traut seinen Augen nicht. Und er wechselt Felix Götze ein. Nach Haares im Schädel und Wochen der Reha. Kurz vor Schluss der Partie das Comeback des Publikumslieblings. Götze soll Stabilität bringen. Doch dann ist Schluss. Und Marco Antwerpen, da kann man richtig tief durchschnaufen. Er feiert den 2. Sieg in Folge. Die Fans sind versöhnt. Und die Mannschaft, sie ist sichtbar erleichtert. Das ist geil einfach. Ich denke, wir haben uns so lange und so hart dafür gearbeitet, dass wir jetzt endlich mal wieder 2 Siege in Folge schaffen. Ich habe vor dem Spiel oder die ganze Mannschaft hat fest dran geklaut, weil wir wissen, zu Hause ist es ganz schwer gegen uns zu spielen. Und ich denke, in der ersten Halbzeit hat man ein gutes Feuerwerk abgefackelt. Können vielleicht sogar noch 3-0 machen vor der Pause. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns in der Kabine wieder gesagt, alles in alles reinschmeißen, alles wegverteidigen. Und jetzt sieht man ja, die Fans sind glücklich, wir sind es heute auch. Und ich denke, jetzt kann die Saison starten, endlich für uns. Der FCK bleibt 2021 zu Hause ungeschlagen und startet mit dem 2. Sieg in Folge sogar eine kleine Serie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.